Hallo und jetzt Willkommen zu Let's Play Spyro-Heroes-Tale Heute am 2.09.2017 um 10.05 Uhr Ja, Strohwitwerwoche, denn da hab ich Bin alleine, Julia ist im Westerwald Ich bin seit halb 5 Uhr wach, weil ich jetzt um halb 10 eingepennt bin Hab schon ein bisschen was gemacht, Wohnung sauber und so ein Kram War kurz bei meiner Mutter, Einkaufen, Sport Und jetzt, letztes auf der To-Do-Liste für heute Aufnehmen Jo, letztes Mal waren wir ja hier beim Sergeant Birdy Bird Ich frag mich jetzt nur, wie kann ich dich denn an? Ah, drei, okay Ansprechen Äh, ich muss ja hier noch einen Lichtedelstein, genau Jaja, komm, halt die Fresse Wollen wir mal einen Lichtedelstein mal hier einmal versuchen Ähm, ich muss mich hier leider erstmal wieder ein bisschen einfinden Ich weiss natürlich nicht mehr, wie die beste Route war und so ein Kram Wobei die hab ich ja eh noch nicht gefunden gehabt, glaub ich So Aber da kriegen wir schon hin, da bin ich zuversichtlich Irgendwie vielleicht Okay, das ist schon mal sehr gut, dass ich das Kackviecher erwischt hab Nehm ich die Ganone Ich hoffe nicht, oh Ich hoffe nicht, dass da noch allzu viele, äh, von den Flugleveln kommen Weil ich hab ja hier schon echt Schwierigkeiten Ja, soll ich da einen Abstecher machen? Ich weiss das nicht Kage ist das Wow Und hier verliere ich so unglaublich viel Zeit, ne Bei dieser Strecke Direkt hoch, ne War das, wo war das? Ah Ah Ah, weil ich dumm war Ha Okay So, gut, der ist auch schon mal weg Gut, was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung Ich, ich, ich weiß es nicht Der Übergang, der fehlt mir noch total Mal Ah, oder ich glaub, ich muss ja wahrscheinlich Irgendwie dann vielleicht von oben dann wieder hier rein, so Ne? Und dann durch die Türchen Das kann natürlich sein Muss es aber auch nicht Ach komm, ich lass mich überraschen Also, was ich so auf dem Weg finde, äh, versuch's kaputt zu machen Ha, gut Oder auch nicht Da Geier Ja, da kann ja was werden Das kann ja was werden Ich find, ich stell mich sehr gut an Darum ist aber noch ne Kanone, glaub ich, ne? Ne, oder auch nicht Alter Ich bin Echt überfordert hier mit dem Level Ich find hier nicht wirklich den Die tollen Einstieg, den ich vielleicht brauchen könnte Und haben wollen würde Oh, Geier Die nur zuerst Mal mindestens zwei Kanonen da oben Da ist noch ein Geier Ah, ist ja die letzte Sehr gut, sehr gut, sehr gut Autsch Autsch, 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 Autsch Hab ich es schon mal geschafft, alle Kanonen kaputt zu machen? Ich weiß es glaub gar nicht Ah, Wichser Ne, 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 ne Alter Geh mir nicht auf die Zwiebel Ich hab mich gewischt, oder? Ne, hab ich nicht Tatsächlich nicht Jetzt hab ich dich aber Okay, die Hälfte der Kanonen ist schon mal weg Ich muss jetzt leider ein bisschen Da ist leider ein bisschen Zeit holen Aum Aum So, dich jetzt auch nochmal weg Ja, fuck you Alter, ich find das voll schwer, dieses Level Ernsthaft Wenn man hier auch Weil man die ganze Zeit hier auch auf den Sack gegangen wird Und zwar Bestin sogar Ein bisschen Zeit holen Hier fehlen noch drei oder vier Vier Gutes Gucken Aha Ah, ich fang auch noch die Raketen auf, ne Jetzt wird sie mir Bonuspunkte geben So Okay, das letzte Hab ich hier irgendwas übersehen? Irgendein Türchen oder sowas Da ist ein Türchen Eins hab ich noch und echt nicht mehr viel Zeit Fuck Ja, zwei Tore fehlen da noch Scheiße Hm Hm Also war glaub ich trotzdem besser als jeder Versuch, den ich vorher schon mal hatte Aber Trotzdem war nicht ausreichend Ah, scheiß Ich hab mich auch jetzt wirklich sehr sehr oft von den, äh Dingern treffen lassen Das stimmt, ich hab wirklich keinen Plan, wie das aufgebaut ist Das ist grad die Kanonen Ob die auch irgendwie so ne logische Oh Reihenfolge haben Ansonsten würde ich ja Dings mal einfach mal versuchen Keine Ahnung, irgendwie direkt erstmal die Kanonen zu machen Kann ich glaub ich auch theoretisch mit starten Und hier jetzt gleich ein Turbo Das wär gut Hier direkt Au Up, up, on the way Oh Eiii Ich seh noch nix Mensch Ha 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 Ich krieg das nicht hin Bitte nochmal neu starten Ok, ok Ich scheiße auf die Ringe Ganz ehrlich, ne So, leck mich Wo ist der nächste Kanone Akku ist mich schon direkt hier Oh, scheiß Fick dich Da ist auch noch einer Da ist auch noch einer Ok, das waren sie jetzt alle Zumindest hoff ich mal aus der Richtung Ja, weil die Ringe, die können wir nicht weglaufen Das ist ein Ein riesen, riesen Vorteil Noch einer? Ne Gut Ja, wo was dann da aber natürlich dann zu Problem führen kann Das sind natürlich die Gaia Wer, wer, da hab ich doch grad jemand beschossen Da, du alte Ratte Ich geh kaputt Ha! Hast nur davon Ok Jetzt nehmen wir auch nochmal mit Die erste schon mal weg vom Fenster Zwei, zwei Minuten haben wir noch Also das ging jetzt erst gar nicht mal so schlecht um weg zu sein Wett Und So So Da noch so gedöhnt So ne Kanone So Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ah, okay. Das wäre quasi das Ende der Ringgeschichte. Verstehe ich. Jetzt habe ich hier aber jetzt keine Notwendigkeit mehr, die Ballonviecher kaputt zu machen. Ich muss jetzt alles immer so ein bisschen nach und nach holen, ne? Wie ich es halt gerade finde. Da ist natürlich nicht weg. Jetzt war so klar. Das war so klar. Wo ich hin soll, gehen wir erstmal hier lang. Aber warum gibt mir denn nicht alles Zeit wieder? So wie es früher einmal war. Das war schön. Ich habe jetzt einfach alles mit was wir finden. Okay, die Ringe haben wir aber schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, mir fehlt es von jedem noch ein bisschen. Wahrscheinlich noch drei oder zwei Kanonen. So. Ah, es hat schon wieder nicht gepasst. Das kann ich so schlecht abschätzen, ne? Ah, danke schon. So. Und du? Zwei Törchen. Schön und gut. Nicht mehr viel Zeit. Nicht so gut. Da ist so ein Tor. Und eine Kanone. Sogar zwei Kanonen und ein Geier. Ach, fuck du. Eine Kanone fehlt immer noch. Schiert. Wo ist der Geier, der hier rumgeflogen ist. Hier ist aber drum geflogen. Da hinten ist auf jeden Fall etwas. Wahrscheinlich nicht derselbe. Nein, da fehlt immer noch einer. Ein Geier und ein... Okay, nur noch eine Kanone. Los, schieß mich an. Ich muss die Fresse halten, wenn ich die Schüssel höre. Fuck. Nee. Mann, komm. Ich, ich, ich will das schaffen. Nee, 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 nee. Aha. Ich geh jetzt jetzt mal auf Kanonenjagd. So. Hab ich jetzt getroffen? Ja, ne? Stimmt. So, ich brauch noch eine Kanone. Eine haben wir schon mal. Da ist noch eine. Jetzt hab ich getroffen. Ha, scheiße. Fuck you. Da oben ist noch eine. Drei. Gut. Dann hat es hier unten wieder eine, glaub ich. Irgendwo. Vielleicht. Nee. Auf jeden Fall kann ich ja hier ein bisschen was kaputt machen. Da unten ist noch eine. Da ist auch noch eine. Sehr gut. Da war doch irgendwo mal so ganz oben eine. Oder nicht? Oh, Stuka. Ja, okay. Drei noch. Ich hab mir gespannt, ob ich die alle überhaupt finde, ne? Aber ich dachte eigentlich, die Kanonen sind relativ, äh, ja, doch gut zu sehen. Weil sie mich die ganze Zeit abknallen wollen. Ich muss ja eigentlich theoretisch nur den Schüssel folgen. Aber die ist leider nicht so. Wollen wir da noch eine? Kannst du noch mal zwei Kanonen? Mir fehlt schon wieder eine, ne? Ähm, ja, okay. Wohl. Schön, das freut mich. Nicht sehr zufriedenstellen. Oh. Wo? Doch, da oben. Okay. Alles klar. Gut. Das war die, die ich die ganze Zeit übersehen hab. Ich wusste, oder war irgendwo was ganz oben? Hatte ich doch noch einen Bock? So. Recht mit dir. Ach, ich hatte ja auch gerade die Regeln und kann nicht eingesammeln, wenn wir gerade so halten. Komm. Weg. Weg. Ich glaube, die Ballonspackung ist auch nicht. Aber macht ja nichts. He. Also, was ist doch gar nicht so knapp. Ähm. So, hier. Zack. Zack. Wenn man sich auch nur auf die Kaputung konzentriert, dann geht das auch einigermaßen mit dem Ausweichen her. Also, um zu normalen Umständen und dann mal ebenso versuchen, den Ball kaputt zu machen. Oh, ich hab jetzt aber echt verdächtig wenig Geier kaputtgemacht bisher. Oh. Arsch. Oh. Ratte. Ich glaub's nicht. Wo, 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 wo. Ho, 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 ho. Kannst du mal schön mitnehmen, Kollege. Weiter düsen. Eine fehlt noch, okay. Und die eine ist dort. Sehr gut. Ah, sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus Ich bekomme noch relativ viel Zeit Da hinten ist noch, ich hoffe mal Der letzte Geier Nein Ich weiß, ich fliege falsch rum So, okay Wo sind die Geier? Oh, ach, das ist ein Glas Ruhe Ja, das war nicht der mit dem Ring Jetzt scheitert es wieder an so einer Kacke, ne? Okay, immerhin habe ich den schon mal Da bin ich rausgekommen, ne? Genau Ein Minuto haben wir noch Es ist nicht mehr viel Wenn ich Glück habe Und zum anderen Röhrchen fliege Vielleicht bin ich da den letzten Geier Ach, ich habe die jetzt alle Habe ich die jetzt alle? Komm, 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 komm Wo bist du? Nein, ich will jetzt nicht angerufen werden Ist es gerade zu knapp Ja, da Da, 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 da Fick dich Ha, 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 ha Okay, ich gehe mal eben dran So, da bin ich wieder Aber warum habe ich keine Edelstelle bekommen? Das finde ich jetzt ja schon nicht so schön Aber das ganze Level war hier gerade kacke, ne? Wie überlege ich gerade? Ist ja hier die Wolkenstadt oder wie er da hieß Wolkenwelt Körperwelten Na bitte Dank meiner tollen Flugkünste Konnte ich dir einen Lichtedelstein besorgen Nicht ganz so schick wie meine Hochglanzorden Aber genauso wertvoll Du hast nicht mal so Uniform an Wo willst du deine Orden anbringen? Deine Haut Ne, 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 ne Nicht nur auf Spaß, danke Okay, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen Ich bin Das letzte, was ich letztes Mal gemacht habe Genau, es war Durch diesen lustigen, lustigen Wirbel Mich einmal nach oben schießen lassen Mal kurz einen Blick auf die Karte werfen Okay, Wolkenreich So hieß dat Äh, ja, okay Ich muss nochmal zurück zum Anfang auf jeden Fall Es kann natürlich auch sein, ne Dass wir hier auch wieder irgendwelche Sachen haben Die nicht auf der Map eingezeichnet sind Und dass da dann irgendwas Tolles auf uns wartet Wie hier zum Beispiel Hoi Aber ich glaube, da ist leider noch nichts Ne, ist auch auf der Karte angezeichnet Ja, okay Dann machen wir erstmal weiter Nicht runterfallen Aber auch das wäre halb so wild Achso, ich habe Strom Dann Spatzel Aber die Stadt Könnte ich damit was machen? Nö Gut Ja, Schlag zu Und weg So, war das hier? Ja, ich habe das hier mit dem